er hätte den kill an julie beziehungsweise hätte wollte man für den kill an julie gesagt hätte ich mitgekriegt deswegen du warst da mit dem zusammen hochgegangen ich hätte ihn komplett ich muss leider los weil wir direkt um 1 20 uhr einen termin haben es hat sehr viel spaß und ich wünsche euch viel spaß in den runden und ich heute ich habe deine heutige sportchallenge erledigt du sau du willst uns ja hier ein paar liegestützt die wir auch noch bezahlen müssen als dein heutiges sportprogramm unterjubeln also joa guck mal ich habe ich habe heute tatsächlich schon sehr viele liegestütze gemacht um ehrlich zu sein 197 also ich habe bevor ich schlafen gegangen bin 63 gemacht dann habe ich gepennt und heute habe ich jetzt 130 schon oder 134 gemacht ist das kein sport ich musste auch mal in der sportchallenge lockere tage einbauen morgen gehe ich zum beispiel wieder ins studium morgen trainiere ich dann rücken das ist sehr schlecht hallo leute hallo 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 wivi ist warlocked oh oh wivi neeeeeein warte mal standest du nicht mit kaioken warte mal standest du nicht mit kaioken was heißt lockerer 10er durchlauf ja kaioken können können es sein tony können es sein oder war das sakuri bei mir nee kaioken und toni sind auf jeden fall electrical Ich weiß aber nicht, ob es vielleicht geschafft wird. Juli war am Anfang Electrical. Also natürlich kann ich aus deiner POV dich witschen, aber ich bin invert, ich bin so beschäftigt damit, richtig zu laufen. Und wie viel überlegt du, Matthias? Wo ist denn der Kill, bitte? Der Kill liegt, ja, im Lab. Gut, weil wir sind gerade 18 Leute links. 18. 18. Also entweder wurde hier gerade jemand ganz frech fett genannt, oder wir haben hier mathematisches Problem. Ich glaube, Kendo ist einfach schrank und zieht die Leute doppelt. Ja, genau. Mein Monocle versperrt mir so ein bisschen die Sicht. Okay, wollt ihr mal aufzählen, wer da links war? Kendo, Smeggy, Juli, Vivi, Toni, ich. Kai Jogen. Der erste. Der erste nicht, du hast recht. Ich glaube nicht. Genau, ich war rechts, ja. Also gefühlt alle außer ich. Für den Kill bleiben, für mich persönlich übrig, der ist das Stuggi oder Sakuri. Ja, und ich war eingeschmerzt im Storage, als die Türen zugingen. Ja, Stuggi oder Sakuri, ne? Und ich glaube, der hat sich doch hier den Bait erwischt. Äh, ne, ist deine Brille wirklich so dunkel? Vivi, wer könnte dich gewitcht haben? Ich bin mir ja nicht gut im Seher. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob jemand mich halt im Dropship, obwohl da stand ich nicht lang, hätte witchen können. Aber unten waren es halt die in O2. Das sind halt Toni, also Onkelchen, Kai Jogen und Smeggy. Aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob Smeggy lang genug an mir dran scheint, weil ich glaube, der kann später dazu kommen. No, no, no. Ich guess einfach jetzt mal auf Toni. Das geschieht dir recht, in der ersten Runde zu guessen. Das wäre noch die schöne Info gewesen, was du jetzt gegessen hast. Ja, witch. Witch, 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 ja. Achso, ist ja witch, ne? Gut gemacht. Also, ich habe jetzt den Bait gekillt und auch noch gewitcht. Ne, ne, du bist ja der Mate. Ich bin der Mate. Okay. Wenn ich will, wie jetzt noch rausvote, kriege ich dann das Frosty Quote trotzdem den Win? Ja. Dann wurde ich da drauf, keine Frage. Ne, du kriegst den aber nicht. Du bist aber völlig mit draufgevotet. Okay. Aber Theaster, dann töte mich nicht, ne? Ich sage auch nichts mehr. Nein, ich töte dich nicht. Ich rechte mich an dir, witch. Wir machen die jetzt echt zum Sidekick, ja. Ähm, Peppi, äh, tatsächlich, es reicht zum Leben, ja. Zum Überleben, ne? Also, ich bin jetzt nicht reich oder so, aber... Hat reicht. Hat reicht. Mal, äh, weniger gut, mal, äh, besser gut, ne? Weißt du? Wirklich schon ein Jahr in der Abo-Falle. Aber, äh, ich sag mal so, Peppi, ähm, das ist halt ein Versuch jetzt quasi von mir. Äh, hiermit, äh, selbstständig zu sein, ne? Ist jetzt nicht, als wäre ich hier übel safe unterwegs oder so, ne? Seit Oktober mach ich das erst, also seit einem halben Jahr. Und ich geb dem Ganzen jetzt eine Chance. Und entweder das klappt jetzt halt. Und nach einem Jahr sag ich, yo, das kann ich halt... Von der Kohle reicht das. Das kann ich, äh, weitermachen. Ähm. Oder halt eben nicht, ne? Aber ich bin halt tatsächlich, äh, da ich halt noch nicht so ein großer Streamer bin und wenig Kooperationen habe, bin ich halt sehr auf den Support der Community angewiesen. Leider, muss man sagen. Ja, weshalb, ähm, ja, wenn, also, ne? Ich bin halt sehr abhängig von den Subs leider, ne? Deshalb arbeite ich auch sehr viel mit Sub-Calls und so, dass die Leute Bock haben, ähm, ja, da zu supporten und so, ne? Der kann jetzt... Maggie, kannst du noch mal ganz kurz sterben, damit's... Äh, Honey, danke für den Follow. Und Spooky, danke für den Resub. Wir sind bei 13 Niedestützen, müssen wir machen. Äh, liegt ein Gang Erectrical. Oh nein, genau da wurde mir grad die, äh, die Tür vor der Nase zugeschlagen. Hast du grad Erectrical gesagt? Ja, Erectrical. Okay, alles gut. Was für leider, wir unterstützen dich da, wo es geht. Ich weiß, ich weiß, aber ich sag mal so. Äh, leider ist halt so gemeint, ist natürlich für mich sehr risikohaft, ne? Verstehst du? Weil ich kann ja jetzt nicht erwarten, zum Beispiel jetzt bald kommt Sommer, dann schauen halt weniger Leute zu. Und dann kann ich ja nicht erwarten, dass immer noch so viele Subs reinkommen wie vorher, verstehst du? Das meine ich mit leider. Ist halt sehr risikohaft, ne? Verstehst du? Zwei, zwei, eins. Zwei Crew, zwei Nutri und eine Imposte. Ja, okay. Ah, okay. Okay, let's guess. I'll go. Let's guess. Let's guess. Das war wichtig. Das war eine wichtige Info. Das muss ich wissen. Ähm, ich hab ne andere Frage. Ich glaub mir sowieso nie, wenn ich in der Rolle bin. Also kann ich das fragen. Der Portalmaker hat mittlerweile eine aktive Vielzahl, oder? Yes, sir. Ist das normal, dass die nach einem Roundstart nach einem Meeting erstmal Cooldown von 90 Sekunden hat? Nein, sir. Da ist ein Feature. Okay, nee, gut. AWP, wir es spenden zehn Euro. Sie haben auch vor einer Weile rausgefunden. Sehr, sehr gut. Ich schaue immer auf YT und wollte einmal Danke sagen. So, jetzt die Frage. Wurde ich mir getötet? Malheur ist das mal ein guter Try. Nein, aber es gibt Gründe, warum Leute das nicht versuchen. Was hat er jetzt gemacht? Er hat mich auf Portemecke gekannt. Also würde ich behaupten, ja. Wer ist denn die Witch jetzt hier? Also wenn das, wenn du, ich hoffe, du hast keinen Bock. Ja. Kann er den Kiel auch gemacht haben? Kennt du, ich hab die übrigens nicht getötet. Ja, deswegen, ich hab gesagt, ich sag auch nix. Deswegen, alles gut. Denkst du, ich bin Feini? Ja. Also die Runde, der drei. In dem Jahr, oder Töten? Nö. Nö. Wie wir gesagt haben, Witch könnte Smeggy sein. Oder Smeggy wurde jetzt einfach so getötet. Oder Smeggy hat selber irgendwo raufgeschossen. Ja, und man hat zwei Liegestütze drauf. Wir sind bei 15 Liegestützen. Selbstgebissen. Ja, wir haben Dienstag, die Kooperation. Gut. Ja, sehr geil, wenn ihr dann da werdet. Selbst, glaube ich nicht, sonst wäre ja noch niemand da, oder? Ja, wen warten wir jetzt? Kendo. Die Türen direkt vor der Nase wieder zugemacht. Hatte wir Worten Kendo? Nein. Hilfe. Dann wollten wir nicht Kendo. Ey, ich hab ihn gefragt, weil er vorhin so auf mich war. Hallo. Sie ist nicht Kendo. Ey, Leute, vielen, vielen Dank. Na, Junge, warum kommt denn jetzt gerade so viel Support? Wer spendet 50 Euro. Chillt doch mal ein bisschen eure Nüsse, ne? Ey, Spooky, danke für zwölf Monate. Danke an Filex mit drei Monaten Prime. AWP Views mit 10 Euro. Vielen, vielen Dank. Echt sehr korrekt. Ich schau immer auf YouTube und wollte einmal Danke sagen. Mach weiter so. Freunde, an der Stelle, vielen, vielen Dank geht raus an AWP Views. Und wenn ihr Bock habt, schaut gerne mal auf YouTube vorbei. Da ist der Link. Das ist unser Among Us Channel, ne? Wir laden jeden Tag um 16 Uhr ein Among Us Video auf YouTube hoch, ne? Vielen, vielen Dank für die 10 Euro. Danke dir. Echt sehr, sehr cool, ne? Hallo Milo. Danke für den Sub-Gift nochmal an Peppi. Wir sind jetzt insgesamt bei 15 Liegestützen. Und Junge Hubert haut 50 Euro raus, ne? Hubert, das ist wirklich eine absolute ehrenhafte Aktion. Vielen, vielen Dank. Echt sehr, sehr korrekt, ne? Sehr, sehr, Hubert, vielen, vielen Dank, ne? Das ist wirklich der Wahnsinn. Dankeschön, Mann. Vielen, vielen Dank. Hypetrain läuft gerade auch. 75% auf Level 1, Leute. Nach dem Hypetrain machen wir dann auch alle Liegestütze, die reinkommen. Ja, wir haben zur Zeit für jeden Sub, der reinkommt, machen wir eine Liegestütze, ne? Wir sind jetzt mit dem Sub bei 16. Danke, Knarff on fire. Danke dir. Vielen Dank, Junge. Spooky! Du geile Sau! Maschine, ne? Junge Maschine, 26 Liegestütze. Spooky. Ich bin da gestartet und hab Simon Says viermal verkackt, weil ich versucht hab, mit dem Chat zu reden. Also, wenn da in der Zeit jemand reingekommen ist, hätt's ein Elefant sein können, der während es eine Blaskapelle auf seinem Stirn spielen hat. Ich hätt's nicht gemerkt. Wo ist denn der Kill? Der obere Deacon. Außerhalb obere Deacon. Also quasi genau neben den Toiletten. Schmutziger Tod also. Also, so sehr, dass es mir wirklich in der Seele wehtut, ich nehm der erste raus. Wir sind die ganze Runde noch two. Ich hatte Angst, dass er mich killt, hat er nicht gemacht. Eben. Ich sag ja, die ganze Runde, ich bin nicht böse. Mhm. Ja. Und das waren entweder Lover, weil ich hab nur einen Flash gehabt, oder, äh, es war ein Double-Kill da oben. Aha. Double-Kill unwahrscheinlich. Lover würde passen. Double-Kill ist sehr unwahrscheinlich, weil für Double-Kill wärt ihr dann beide wieder drin. Ey, die News waren sehr lustig. Hey, ihr seid so geil, ne? Ihr seid so geil. Ihr seid so geil. Okay, ja gut. Okay, welche Rolle nehm ich dann? Ja, wenn du das sagst, dann bin ich nicht Seher. Malheuris war ja vorhin auch sicher, dass ich ne bestimmte Rolle bin und die nicht bin. Ja, aber ich bin mir sicher, welche Rolle ich bin. Ja, ich mir auch. Und deswegen haben wir einen gewissen Konflikt. Die Sache ist die, also wenn Kendo hier lügt, hat er trotzdem den Kill nicht machen können, weil er echt mit mir in Autor war. Oh, das stimmt. Ja. Wenn ihr beide böse seid, könnt ihr uns komplett playen. In jedem anderen Fall würde ich Stugi recyceln. Ja, das ist logisch. Wenn die sich beide rausnehmen, ich weiß, dass Ongelchen am Anfang mit mir unten in Deacon rein ist, beziehungsweise zu mir unten in Deacon rein ist, nicht unten mit mir rein ist, weil ich war schon unten durch Anti-Tippe. Also, wenn der Kill da oben liegt, Vampire reicht das ja nicht von der Range. Also Kendo meinte ja am Anfang, ich hätte den ersten Kill gemacht, ja. Ja, also wie gesagt, ich nehme mich gerne raus. Aber ich muss es leider tun. Stugi, so von der Skala von 1 bis Böse, wie Böse bist du? 10. 10. Stugi, du bist es hier? Sehr gut. Also, ich habe übrigens gerade gesehen, Medium steht bei mir, nicht Seher. Ja, das wollte ich auch sagen, weil ich Seher bin. Ja, ja, nee, nee, das passt, das passt. Ey, Freunde, vielen, vielen Dank. Na, guck mal, Rexotar haut auch nochmal 10 raus. Ach, du Scheiße. Milo nochmal mit 10 und The Spooky. Ach, du Scheiße. Und wir haben gewonnen. Klarstellen, dass ich den Portal Maker gegessen habe, ja. Da ist er, Kendo. Da ist er. Ja, war der Bade am Anfang, ne. Ich wollte Kendo auf Seher gessen, damit ihr den Gäste versucht, sich auf Portal Maker zu gessen, aber da war einfach schon Zeitgek. Freunde, ich danke euch für die Runde. Ich muss jetzt leider direkt los, ne. Ich danke euch. Danke euch, ne. Küsschen. So, Freunde, wir gehen rein in eine Tanzparty.